Hallo Leute und herzlich Willkommen zu Survival Games 8, glaube ich. Ähm, ja, ich hab grad irgendeine... oh, ich bin... oh, ich nehme grad sehr viele Survival Games auf. Ähm, und zwar jetzt wieder auf dem Trey-Server. Und ich warte mal kurz, bis alle drauf kommen. Und würde sagen... Ja. Ich mach' nen kurzen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da geht's jetzt auch gleich in 10 Sekunden los. Ich habe ne Scheiß-Bitreit angestellt. Entschuldigung, dafür fixe ich nochmal kurz. Ach, da ist es nicht. Ich mach' nur mal kurz'n Cut und das ist auch mal drin. Das sollten wir wieder sein, jo. Ähm, ich... Wir sind diesmal nur 8 Zucker. Eben haben wir noch 7, das ist ein Schöne. Ja, ja, geil. Kurz vor Ende, alles noch immer reingejoint. Sehr toll. Wieder tun's verboten. Und ich finde das aktuell einfach nur krass. Ich habe in den letzten Momenten sehr viele Kommentare erhalten. In den letzten zwei Tagen, da ist schon mal einer gelöffnet. Ähm, in den letzten Tagen habe ich 5 Abonnenten, was für meine Verhältnisse eigentlich sehr viele sind, dazubekommen. Ähm, ich möchte mich kurz nochmal dafür bedanken, dass ihr auch einmal alle da seid. Ich weiß nicht nur, ich weiß nicht, wo ihr herkommt. Ich weiß nicht nur, ich weiß nicht nur, ich weiß nicht nur, wo ihr herkommt. Wird mir sehr viel. Da steht einer, der kommt drüber. What the fuck? Wow, was hat denn der denn? Ich konnte den nicht schlagen. Oh, ich bin nicht zu dem hingekommen. Warum? Dreckig. Ja, deswegen gucke ich jetzt nochmal, weil das ist jetzt sehr komisch, dass ich nicht an den kam. Das ist jetzt verdammt komisch. Ich konnte den gerade nicht schlagen. Ich mache nur mal kurz einen Cut in die Aufnahme. Und da bin ich wieder. Es hat sich jetzt nichts ergeben, obwohl er auch noch einen Verdammtschliff geprügelt hatte. Ich glaube, der hatte keine Chance wie ich. Ich weiß nicht, was da war. Ich konnte gar nicht an den ran. Die Skill of Hex? Skill of the Hex? Ich weiß nicht. Ob der jetzt gewonnen hat, weiß ich auch nicht, weil ich vielleicht den ja nur noch gekannt habe. Kein Bock mehr hatte. Ich möchte auch noch was aufnehmen. Ich bin total überrannt. Ich habe nichts erwartet. Ach, übrigens, es gibt dir einen tollen Bug. Hier gibt es einen tollen Bug. Es ist immer noch ein Ding erwünscht. Fuck! Das kriegt die... Ja, das ist jetzt wieder. Muss man das so machen, oder wir sind es wieder? Es ist ein toller Bug hier. Kann ich mir jetzt schon rauskriegen. So, jetzt beginnt sie das. Ein anderes an der Bug irgendwie. Okay. Aber das ist ja zum Glück nicht das Spiel gefälligend. Weil normalerweise wird das ganze Haus laufen. Dazu ist man davon aber nicht gedrückt. Zum Glück. Für die Spielsdix City. Ich sehe die Map. Du auch. Gut, ich kann sagen mal... Du auch. Ja. Okay. Ähm... Wir sind diesmal zu... ...10. Das ist natürlich wieder ein bisschen mehr. ich würde eigentlich runter mit k schreit und die halberne schmerzen und ich sehe schon kommen zwei haben gleich den server lassen schallt dann ist das um ich will mich hier gerade nicht mehr und alleine fühlen sich nicht gut machen. Wo? Der ist. Ähm, ja. 5 Minuten, 2 Tagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch anhält. Da warte ich jetzt erstmal. Ich weiß... Und ich würde gerne wissen, wo ihr alle herkommt. Würde ich gerne wissen, weil ich bin überrumpelt, weil ca. jede 4 Stunden... Ich würde gerne wissen, weil ich bin überrumpelt, weil ca. jede 4 Stunden... ...machen da wieder irgendwelche Team-Auscheinen. Ne, Spaß. Das sieht aber grad verdammt gefällig nach Team aus, was nicht toll ist. Die einen... Letztes Mal hab ich reporten, die haben dann glaub ich eine Zeitplan erhalten. Also, äh, ja. Ich reporte gerne Leute. Der ist der nächste Left. Warum leften Leute? Das sieht ja aus, dass sie Leute leften, weil sie... ...keinen Bock drauf haben, Punkte zu verlieren, weil die eben... So. Da kannst du dich gut verstehen, ne? Da kannst du dich echt gut verstehen. Hoher Kabel. Der Name wurde gemischt. Am Anfang ist der nur Fisch. So wie ist das echt nur Fisch? Hoher Fisch. Oh, der ist nicht drin. Mit tollem Erdruck. Das ist mir nur da. Oh, ich habe keine! Okay. Okay. Okay, der wurde der erste getötet. Alex the Gamer hat Rotor Füße getötet. Ja, 1920 ist... Man kann spielen. Es ruckelt ein bisschen, aber man kann spielen. Ich hab's auch... Ich mag's auch irgendwie ein bisschen mehr rucklicher. So... ...flüssig wie... ...keine Ahnung was... ...ist für mich un... ...normal. Nicht natürlich. Da war einer. Ne, da hin. Da war einer. Wird ausgesehen. Was steht da auch nicht? Okay, what you are looking for. WAAAH! What the... Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Alter, hab ich mich jetzt erschrocken. Ah, Mann. Das ist jetzt natürlich fies. Das war jetzt so fies, ey. Verdammt. Das ist bestimmt so schwer. Mir scheißegal, was du redest. Okay, nicht schluss. And... ...tubulents... ...skipi! Okay. Ähm... So, allgemein... ...weil mich so weit. Okay, dann ist das natürlich wieder meine Dokumentation. Dann haben wir auch schon ein bisschen gedacht, weil ich von da eigentlich einen Kommentar bekommen habe, weil... ...weil ich auch... ...habe ich gar nicht gefragt hat, von dem Kommentar zu lassen, was ich natürlich toll finde. Ähm... ...ja... ...ja, sag mal, dass meine Tastaturgeräusche auch wirklich etwas laut sind. Weil, hört man an, oder? Das sehe ich auch an der Ausschlag. Die sind wirklich etwas... Also, sie sind... ...auf jeden Fall da. Sie sind halt wirklich laut, aber... ...bild es geht. Klicke hier, um zu schreien. Könnt man mal machen? Ist auf meinem Server! Also, wenn er jetzt auf meinem Server ist! Warte mal! Sag mal, jetzt bitte nicht, dass was passiert drin ist! Oh mein Gott! Das bedeutet, wir zocken jetzt mit Weißweiß! Nehmen wir auch nach! Das ist jetzt nice! Und das war unerwartet! Das war unerwartet! Das war unerwartet! Das war unerwartet! Das glaube ich nicht! Kann sein, aber... Es ist jetzt ne verdammt... ...volle Runde! 24 Leute! Wir haben... Ich mag hier kleine Runden! Was bekommt der Gewinner? Gar nichts! Kunst! Anscheinend ist Weißweiß Kunst! Aber... Ich lass... Da ist VIP... Kann das... Da ist einer gerade runtergeflogen! Ist nicht egal! Hi! Da ist einer mit einer TP... Ich bin noch in der Lobby! Ich bin noch in der Lobby! Das heißt, es sind einige in der Lobby! Riedenshause vorbei! Boah, boah, boah! Schnell, 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 schnell! Ich kann jetzt jederzeit über irgendwer sein! Stopp! Okay! XD! Stopp! Keine Ahnung! Es scheint VIP zu sein! Ist mir wurscht, Freunde! Ist mir wurscht! Mal nix doch! Nicht! Doch! Keine Ahnung! Ich kann mich auch nicht bewegen! Das heißt, es gibt anscheinend einen Bug in dem Server! Aber! Es ist die... Habt ihr Hunger? Dann... Dann kein No-Knock! What? Was? Hey! Es sind super Kisten! Ich bin glaube ich hier... Woo! Wow! Die Kisten sind echt voll! Wow! So kann... Player Tracker! Nice! Wir kriegen dich da raus! Oh! So! Der Server lag! Man merkt das! Man merkt das an dem Ding hier! Okay! Jetzt habe ich hier zwei Kompassen! Ah! Meine Kompassen! Ah! Meine Kompassen! Mein Kompassen ist gut! Also hier zwei Kompassen! Toll! Jetzt Survival Aufgabe! Okay! Hey! Oh! Das ist eine Katze! Vom Anfang von Fenster ist gerade eine Katze! Toll! Ich leine nicht mit mir die Katze! Gott! Es ist gerade... Der Zug ist mein Haus! Da gibt es anscheinend echt gerade Bugs! Wobei ich werde auch das Ding nicht! Woah! Was?! Was?! Ich bin gerade totgeglitscht! Totgeglitscht! Nein! Es kann doch jetzt nicht dein Ernst sein! Ah! Ich bin gerade geglitscht! Ich habe es gewusst! Man kann diese Dinger nicht vertrauen! Man kann diese Dinger nicht vertrauen! Man kann diese Dinger nicht vertrauen! Das war so klar! Ah! Ah! Dieser Server leckt gerade wie sau! Ich habe das... Die sind einfach in der Lobby! Warte mal! Kunst! Wüsst du das? Die sind einfach eiskalt in der Lobby! Ey, das sind die, ich kann mich nicht bewegen. Eiskalt in der Lobby. Eiskalt in der Lobby. Komm, ich bin eiskalt in der Lobby. Ich glaube, wir schauen uns mal ein bisschen die Lobby an. Also, hier sind natürlich tolle, ja, Steinplattformen. Wir wissen jetzt also, der Server wurde auf der Steinplattform gebaut, die Lobby. Das ist nur ein toller gefakte Ding. Das ist toll. Das da ist auch gefakt. Also gefakt natürlich als Push, Push und Bau. Hier, auch heute ist nur Stein. Hier ist der Hügel. Da ist nur Stein. Hier. Es leckt gerade, es leckt mich sau. Hier sind die Schienen, ich kann mich grad nicht bewegen. Warum jetzt? Schöne, was schön ist, ich hab's gar nicht. Was schön ist, ich kann jetzt... Ich kann, ich kann sowieso nicht lesen. Ich weiß nicht, ob jetzt. Ich will das mal sehen, dass... Seit wann ist da... ...demanten und Goldblöcken? Gut Job. Ach! Das ist Jump 1! Wir können Holy Moppen. What the fuck? Das finde ich echt, das finde ich jetzt auch gerade geil. Es leckt. Es leckt wie es auch, ich bin gerade durch einen Leck gestorben. Das finde ich ja toll. Durch einen Leck gestorben. Super! Durch einen Leck gestorben. Super! Okay! Bevor es jetzt noch weiter wird, ich glaube... Also wie geht's weiter? Ich bleib noch hier auf dem Server. Also wenn du es dann nur an einem Widerstand-Oli zu klickst, dann kannst du dich nicht bewegen. Ich glaube, Kums ist weiß was. Kann... Sie haben es gesagt, kann es sein. Ich bin mir nicht sicher. Aber es ist dead, oder? Ja, 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 ja. Ähm, nee, weiß man niemand aus dem Server. Aber es wird halt jetzt halb setz. Oh, ja, ich pack hier immer noch. Ich pack hier immer noch auf zu. Ich glaube, ich werde von der Antitube-Lugin... Von Nozi Plus her nutzen. So sieht man auch zu immer aus den Videos. Ähm... Ich glaube, dass von den Videos werde ich da abends durchgepacken sein. Warte mal, ich versuche noch kurz zu probieren. Ich bin noch an den Ecken vorbei. Ich glaube, der Backkarten checkt nicht, dass ich... ganz normale fliege. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. 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 Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Ähm, das war's für den Dich mal am Ende. Ich mach nur 5, jetzt in 5 Minuten hab ich nur noch Scheiß gemacht, ne? Vielleicht schneide ich dir raus raus, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall würde ich sagen. Wenn's euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung oder eine negative Bewertung. Kommt drauf an, wie's euch gefällt. Würde ich sagen, da ist wirklich was, da ist anscheinend gestorben. Da war er wirklich drin, ähm. Und ich würd sagen, ich will mal Grummaus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.